Es gab einen Vorfall hier an der Schule. Okay, ich verstehe. Ich komme sofort. Wieso sind wir hier? Das Ganze wird dir gut tun. Grandpa August ist ein gemeiner Hurensohn, aber er ist schlau und du kannst von ihm lernen. Die Sinclairs haben Begabungen, die andere nicht haben. Das wird unsere letzte Ernte sein. Wir sind es, Leitvater. Keines meiner Kinder hat je die Familie verlassen. Heute Abend trifft sich meine Familie zu ihrem jährlichen Festessen. Du bist unser Koch. Du wirst uns ein exquisites Essen zubereiten und du wirst den Gastgeber verdient. Was zur Hölle geht da drin vor? Die Frucht eines schlechten Baums ist niemals gut. Das ist das Schöne daran, ein Sinclair zu sein. Wir entscheiden, wie er leben darf. Hallo, kleines Vögelchen. August brachtet schon seit Jahren darauf, von dir zu kosten. Wir sind also wirklich Vampire? Diese Nacht hat sich seit 5000 Jahren eingebaut. 5000 Jahre für die eine Mahlzeit. In einem Versuch, August Sinclair zu töten. Du kannst mir glauben, wenn ich dir sage, dass niemand einen so verletzen kann wie die eigene Familie. Und dann wiederum. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020